Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Battle Park Theater, zusammen mit Wirbelsturm LP. Ah, Löcheln. Das war's fürs Ende vom letzten Mal. Komm her. Au. Okay. Genug geblödigt, ne? Ja. Oh, ich wollte eigentlich meinen Kopf aufändern für diesen Part. Ja, weil wir wollten immer, ähm, andere Köpfe dann hier sehen. Komm, nehmen wir doch mal den seltsamen Volk hier. Und nicht halt eine Kerze. Äh, der ist ganz traurig, dass er eine Kerze ist. Ich weiß nicht, ob das eine Kerze sein soll, aber... Dann ist halt ein Vulkan. Aua. Ich will eigentlich noch hier irgendwie... Kommst du mal her? Hier wird es noch... Hast du so ein Fäh? Ja, ich bin da. Ach, du startest sogar bei mir. Au. Was wollte ich denn? Ich wollte dir helfen. Ja, bring mich hoch. Oh nein. Bring mich hoch. Ja, genau die Stellung schon mal. Das mach ich. Was muss ich denn tun? Nach oben drücken und dann X, wenn ich auf dir steht. X. Das ist das linke. Der linke Knopf von dem Xbox-Kontroller. Ich drücke X. Hä? Das ist bei dir anders eingestellt. Warte mal. Bei mir ist das... Okay. Ja, und da... Während dem Schubsen musst du ihn zusätzlich nach oben gedrückt halten. Genau. Ah. Das müssen wir halt nur noch treffen. Ah. Okay. Ich spreche raus. Ah. Ein Stück nach links noch. Danke. Hab ich. Ja, wie gesagt, ich kenne das Spiel halt in Maßen, aber ich kenne das Ende noch nicht. Okay. Hau. Hau. Aua. Ich hab die Kitty. Und Boom. Bei der Boom. Mächtiger. Ah. Mächtiger bei der Boom. Da war ja was. Ja. Ach, dir schon hoch. Oh, Jim. Ich hab mal von unten ein bisschen gegen gepusht. Alter, wieso ist das jetzt schon wieder so laut? Keine Ahnung. Nein, nicht der Folge. Ich hoffe mal, dass ich dir hochhelfen kann. Dass es diesmal funktioniert. Mein Charakter ist ganz traurig, weil das so verstümmelt ist. Ich will die Außen... Mach das zu. Ach, der. Ah, okay. Warte. Ich seh' schon. Die Zeitbewertung wird diesmal nicht zu gut ausfallen, aber ist ja scheißegal. Aber es gibt doch noch einen Zeitbewert? Ja. Je nachdem krieg'm einen in den Rang. Äh, genau. herrlich. Acht, da muss ich erst warten, bis die ... Okay, bis die Blöcke kommen. ich gehe dann schon mal ja ja mach ruhig mach ruhig tu dir keinen zwang an das war jetzt blödsinn guck mal ich warte jetzt hier bis da drüben die dinger weg sind dann kann ich rüber rennen das ist doch bestimmt auch was ja das kann schon sein die wollte schlecken hast du das gesehen weg da ich wollte schlecken aber ich bin nicht zu schuld zum schlecken wie süß von ihr die wollte mich ins wasser zu tode schlecken ich finde gar nicht süß ich dachte da wäre noch was gewesen irgendwie er nimmt mich deiner so ein bisschen an mickey maus ja irgendwie so so goofy abklatscht oder keine ahnung oder goofy ja stimmt den gab es ja auch noch sich schon so lange her auch guck mal ich weiß schon wie man den ersten gen bekommen ich hab den zweiten geholfen nicht jenny 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 siehst du schon was portals zwei und dieses spiel gemeinsam haben bei beiden spielen kannst du nicht schwimmen röchst nicht das von oben machen das stimmt Ok eigentlich kann man sich darüber schleidern ich habe es anders gemacht Warte, bereit! Äh? Ja, mach du mehr! Oh, gut, ich stelle mich gut an! Schleudern! Okay! Dann musst du mir helfen! Danke! Puh-da! Ups! Nein, weg, Juh! Nein! Gut, dass wir einen Checkpoint haben! Oh ja! Oh! Ha ha ha! Ich lebe noch mal! Komm... mit deinem Ding! Ich wollte die Katzentür schlagen, aber wenn ich weit weg bin, dann macht's halt... Ja, guck mal, dass das auch so lustig ist. Komm her, Bötchen. Bitte. Ich geh dann mal oben lang. Wenn du, äh, in die Richtung fällst, genau, dann kannst du da runterbleiben. Oh, oh! Ah, nein! Auch! Oh, oh, oh. Ich wollte die Katze hauen. Ja, lass ihn, lass ihn. Dir, denk ich auch. Was machst du das für? Oh, da komm ich rein. Die süßen Kitties. Dann musst du dich wahrscheinlich schleudern, in die andere Richtung. Weil ich nur gern noch... Nein, nicht reingehen! Nein, nein! Was musst du tun? Genau, und dann noch halt zusätzlich springen. Ach so. Genau. Es ist ziemlich Spaß mit spielen. Äh, jetzt muss ich hier kurz warten. Der Pfeil ist verdächtig, ne? Ja. Wahrscheinlich muss sie da vorderunter, ne? Ach so! Manchmal gibt's hier durchgängige Blöcke. Ja. Manchmal gibt's hier Geheimlevel bei durchgängigen Blöcken am, äh, irgendwo. Okay. Da wird dann die Musik ganz, ganz lustig. Ich wüsste dann aber noch irgendwann, wenn wir's was für mitbekommen. Okay. Gibt's aber auch glaub nicht in jedem Level, von daher... Da gibt's denn so geile Bonus-Stages. Äh. Ah! Okay. Oh. Nein. Nein! Ich wollte das machen! Nein! Wir machen das! Oh! Und ich wollte das Boot herpaddeln! Kann ich auch! Danke! Tschüss! Ich komm' ja schon! Ich komm' ja schon! Ich komm' ja schon! Ich komm' ja schon! Müsste ich dich da nicht rüberschneidern? Nö! Äh, das war nur da, war das Boot vorher drauf. Oh! Also du hast dich quasi zündlos umgebracht. Äh, also du hast den Glückwunsch dazu! Danke! Danke! Halt nicht! Halt nicht! Du hastан wieder zum Heisen! Äh, danke. Ah, wie klingt das nun mal? Ach, er geht hier gedrückt halten, okay. Wds hat uns jetzt was gebracht? Wollt's ein, was bringt jetzt was? Ah, von oben rüberschleudern, versteh ich schon. Oh! Doch nicht! Okay, vielleicht von unten rüberschleudern. Ah, ich verstehe! Ah! Schiebung. Ich setz mich schon mal rein. Ja, ja. Äh, da oben gibst du was. Au! Au! So, die Katze wird geputzelt. Dann nicht, nein. Ich sag's dir. Oh, die arme Miezi! Aber wir müssen's, das kommen wir da oben nicht dran. Außer, dann haben die Hattin verflucht. Oh, die arme Miezi! Hallo, das sind böse Miezi's, die haben Hattin böse gemacht. Warte mal. Ah, da oben, ne? Jam, 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 jam. Jam, jam, jam. Ja, hier, es kommt ja der Bildschirm raus, wenn der... Ich muss warten. Ich habe mich geopft. Ich geh oben lang. Ich geh fast unten lang. Ah! Boah! Warte mal, da gibt's noch was. Ja, da ist noch was. Oh, die Aktion! Oh! Yeah! Yeah! Wie gern... wie viel sind denn die Dinger? Habe ich das eigentlich? Nee, klar! Natürlich! Hey, plus! Ja, plus, plus! Und wieder ein Abschnitt zu Ende, aber wir sind erst bei 10 Minuten. Da können wir noch ein bisschen weitermachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, ich wechsel mal, ähm... Ah, wenn du Start drückst, siehst du, wie viele du von Gems und Dingens hast und von... Ja, ich hab 23 und 6. Ich hab 24 und 9. Da können wir uns eigentlich jeweils nochmal was im Giftshop leisten, ne? Ja, hab ich grad auch so gehört. Und dann wechsel ich auch mein, ähm... Und meinen Kopf. Ja, dann wechsel ich meinen auch. Ja, dann wechsel ich meinen auch. Ja, dann wechsel ich meinen auch. Ja, okay! Aber es ist nicht mehr so. So! Alter Dealer, gib mir ne Waffe! So, was hab ich jetzt bekommen? Was hab ich denn bekommen? Was hab ich denn bekommen? Ich hab ja... Papierflieger. Ich hab ja... Papierflieger. Hm. Ich weiß nicht, was das ist. Oh. Ist das schon? Oh, ich hab nen Kumaran. Oh, mein... 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 Sorry. Sorry. Ohhhh... Der ist ja... Der ist ja voll okay, der Pumaran. Was bringt denn hier mein Dingens hier? Der explodiert dann. Wahrscheinlich kannst du die Taste nochmal drücken und... Ja. Ah! Eine Fernsteilte... Mina. Ah, okay. Ich verstehe. Äh, ich hol mir mal runde Köpfe. Weil ich glaub, da war diese lustige Kopf mit der Katze. Oh! Nein! Ja, das passiert mir auch jedes Mal. Ey, ich hab nen Schnauzer. Ich hab nen Punk-Mario. Wie viel... wo seh ich eigentlich wie viel... Ach ja, die kosten immer 10. Oh, ich hab Ninja. Ja, genau. Okay. Okay. Oh Gott, was hab ich denn gemacht? Pfff... In... in Sherlock. Oder so. Ähm... Okay, ich mein nur mal einrunden. Eigentlich kann ich noch... Angry Birds, oder was? Keine Ahnung. Warte. Ich... äh... Ende ist mein Kopf. Ich nehm den, der ist lustig. Ich nehm den, der ist lustig. Koss ich auf. Oh! Okay, mach mal weiter. Du wärst dann übrigens nur automatisch nachgekommen. Das hab ich mir schon fast gedacht. Oh, ich seh so kuselig aus. Sack, nicht nur du. Gehts dir weiter näher, ne? Ja. Ähm... Sorry, ich wollte ihn ja eigentlich schlagen. Pfff, ich kann mir damit sogar sehen. Selbstmöglich, wenn ich das Ding gegen die Wand werfe. Komm mal. Ich glaube, hier musst du ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier gibt es ein geheimnis Bonus Level. Okay. Jetzt hör mal die Musik. Ich glaube, wir haben alles. Glaubst du? Aber wir können hier vorher noch ein bisschen der Musik lauschen. Ah ja, darum geht es ja eigentlich nicht mehr weiter. Die Musik hier ist einfach herrlich in diesen Bonus Leveln. Ah, ding 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 dong. Okay. Ich habe euch gerade erzählt, wie viel du schweigst. Es wird herauskommt, dass du nicht schweigst. was das ist erhalte ein ablos sind sie ja wie gesagt ich hab schon ein bissel angespielt jetzt müssen wir halten abstiniert durch das geheim mehr wird dann beim nächsten der neu betreten die wir über das verändet haben zählt dann trotzdem fürs davial aber man muss halt dann den zweiten das zweite paus von dem abschnitt neu starten einfach sicher aus manuell neu starten oder oben ist schon ein weg da weg da weg das heißt es hier erwartet bleibt drin ich will mal was testen müssen kurz warten ob du auch mit durch die blöcke durchfällst du kannst es ja schon mal nach links fahren hätte ich es nicht gedacht wenn ich ehrlich bin rote komplettersprung merengen ich hatte ein bisschen angst dass ich oben an diesem block ankommt und dann nach unten weggedonkt wird einfach genau und das ist fies und das ist etwas anderes was der fahrer musste auch es gibt es mir glaub ich halten das muss ich hier den oberen halten. Ah, okay. Genau, hältst du mir und dann gehe ich rüber und halte dir. So. Okay. Nein! Ich bin oben angedotscht. Achso, ich dachte, du hättest einfach vergessen, die Taste zu drücken. Nee, nee, ich habe mir den Kopf angestoßen. Aha! Ja, ich habe mich dann zu ganz getraut. Oh Gott, ich habe lieber einmal zu viel gewartet. Oh, das sieht so aus aus. Ich habe das mal eben erledigt. Wie komme ich? Keine Ahnung. Ah, da! Pff, ist hier lustig. Dein Boomerang! Autsch, weißt du den Weg? Oh, oh. Au! Bring uns halt um. Bring uns halt gleich doppelt. Nein! Nimm den Schirm! Ja, wollte ich ja, aber ich konnte nicht rechtzeitig springen. Dann müsste ich zu spüren wahrscheinlich kommen. Wo ist das letzte Mal? Okay. Danke! Du bist... Ich bin so fett. Achso, du musst da rechts... Nee, du musst da rechts hochklettern. Ah, ja, es ist... Ich halte eben diesen Brüssel weg. Exzellent! Du hast alles in den Brüssel bekommen. Das beste Spiel ist möglich! Nein! Ich seh schon, du magst das mit den Köpfen. Ich seh schon, du magst das mit den Köpfen. Ich seh schon, du magst das mit den Köpfen. Ich bin nur eine arme, unschuldige Wurst. Ich bin immer so unschuldig. Ich seh schon hinterher. Oh mein Gott. Muss ich dich da irgendwie retten? Das habe ich eben auch schon probiert. Wow, ich wollte dich eigentlich nicht schleidern, sorry. Ach, so war es eigentlich. Ich dachte, hier wären wir auch so rübergekommen. Na ja. Komm, hier ist auch voll traurig, dass so ein Wurstface ist. Oh mein Gott. Ziehen. Er hat hier gedrückt halten, ziehen. Au. Bitte. Oh mein Gott. Ich schieb dich dann mal. Die Toll. Die Toll. Die Toll. Die Toll. Du wolltest eigentlich nur die Kittis platt machen. Au. Hast du gesehen, ich wurde gehängt. Theater. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, hier, wenn du gegen springst. Dann wirst du direkt gehängt. Äh. Also. Wenn ich es umdreffen würde. Zack. Ah. Was war das? Da hast du die Wurst am Spieß. Oh. Cool. Ich strecke dir den Arsch entgegen. Toll. Toll. Ja. Wie sagt ihr nicht immer, wir Menno können manchmal ganz schöne Ersche sein. Aber eigentlich bin ich das nicht. guck mal du schiebst doch sogar das boot für mich ich glaube wir sollten einigen das eine hier steuern ich komm da niemals so weit rüber aber du musst es timen wir mussten noch kurz warten ja ja es ist gut ich bin nicht hoch märz und leiden k k k k schön ich mag den sprecher einfach und man kann es Leute man kann den Sprecher sogar in verschiedene Arten einstellen wir haben gerade beide wasser genau die kittys einfach ich muss auf jeden fall irgendwie eine andere Waffe nehmen ich glaube ich stelle mal den Sprecher um ich glaube ich stelle mal den Sprecher um ich glaube ich stelle mal den Sprecher um an das ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin doch noch aber jetzt sind wir hier sogar mit zwei abschneiden wir haben erst 22 minuten die kommen danach wenn man zu machen will und sind optional ja dann würde ich sagen machen wir es beim nächsten mal ein paar du hast glaube ich dich mal bekommen okay das ist euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten mal wiedersehen und wenn es euch gefallen hat fand ihr auch bei mir was anderen vorbeischauen eine bewertung verlassen und bis zum nächsten mal